Schön, dass du da bist. Heute kommt wieder deine Seelenbotschaft von mir, Ines. Ich wollte Corona sagen, aber ich möchte wirklich bei meinem irdischen Namen momentan bleiben, Ines. Und dann ziehe ich die Karte für dich. Öffne dein Medizinrad und löse deine Themen. Also, viel Spaß beim Medizinrad öffnen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Wir öffnen den Norden, den Osten, den Süden und den Westen. Und in der Mitte stellen wir den Drachen für deine Transformation. Eine wundervolle Begegnung heute. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was dir heute begegnet ist. Aho! Bis zum nächsten Mal.